Mein Name ist Tassan Karakotsch, ich bin Anlagenbediener bei Blum. Mein Name ist Florian Gassels-Röck, ich bin Schichtassistent bei der Firma Blum. Mein Name ist Monika Nabel und ich bin Anlagenbedienerin bei Blum. Also meine Aufgaben sind die Anlagenbediener, ich muss Material aufschüttern, Qualität prüfen und schau, dass die Anlage läuft. Hauptsächlich meine Tätigkeit betrifft die Einschulung von neuen Mitarbeitern. Als Schichtassistent bin ich das Bindeglied zwischen Anlagenbediener, Qualitätssicherung, Arbeitsvorbereitung und Mechaniker. Wenn man das Produkt besser kennt und näher kennenlernt, dann tut man sich für das Technische viel einfacher. Die täglichen Herausforderungen sind Prioritäten setzen, was ist jetzt zu dem Zeitpunkt gerade wichtig, was muss jetzt erledigt werden, was kann ich später erledigen. Also bei der Schichtübergabe müssen wir reden, was passiert ist bei der Maschine, was kaputt gegangen ist, was wir gereinigt haben, über Qualität. Das Besondere finde ich beim Blum ist, dass Vertrauen gesetzt wird in die Mitarbeiter und nicht zu viele Grenzen gemacht werden. Ja, es ist vielfältig bei uns, es gibt ziemlich viele neue Entwicklungen. Angefangen habe ich vor 50 Jahren als Anlagenbediener, dann bin ich schrittweise zuerst Springer geworden und habe mich dann hocharbeiten können als Schichtassistent. Also jeden Tag ist eine Herausforderung für uns. Also wenn wir nichts produzieren könnten, könnte Blum auch nichts verkaufen. Vielen Dank.